Mediaform präsentiert den smartesten Weg, die wie konforme Medikationsetiketten zu drucken und im Handumdrehen Mehrwerte zu schaffen. Den Praxiket Designer Nachdem am Patientenbett die Verordnung der benötigten Medikamente erfolgt ist, folgt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu der Verabreichung, die Aufbereitung der Spritzen. Der Praxiket Designer leistet einen wertvollen Beitrag in puncto Prozessoptimierung, Sicherheit und Zeitmanagement. Durch das Scannen der Ampulle verknüpft der Praxiket Designer den Wirkstoff mit dem richtigen Etikett aus dem System. Gibt es mehrere Dosierungsmöglichkeiten, werden diese entsprechend des hauseigenen Standards angezeigt. Eine Verwechslung von Etikett und Wirkstoff kann somit gänzlich ausgeschlossen werden. Der Praxiket Designer unterstützt Sie darüber hinaus, beispielsweise auch bei der Vorauswahl des Verdünners oder übernimmt die Patienten-ID für einen späteren Cross-Check mit dem Patientenarmband. Bei Temperatur- oder zeitkritischen Medikamenten gibt Ihnen der automatisierte Eindruck des Herstellungszeitpunktes jederzeit ein sicheres Gefühl. Das Etikettenmaterial erfüllt hierbei alle relevanten Anforderungen einer Intensivstation. Es ist desinfektionsmittelresistent und der Kleber eignet sich für stark gewölbte Oberflächen. Aufgrund von genormten Etikettengrößen können Sie die Skala der Spritze jederzeit überblicken. Zu einer perfekten Spritzenkennzeichnung gehört auch die korrekte Kennzeichnung der dazugehörigen Leitung. Deswegen liefert der Praxiket Designer zu jedem Spritzenetikett auch immer gleich das passende Leitungsetikett. Zurück am Patientenbett können Sie nun dank der personalisierten Informationen auf der Spritze einen Abgleich mit dem Patienten herstellen. Ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit und Sie behalten auch in stressigen Situationen stets den Überblick. Die Prozesssicherheit wird bei der Medikationsvergabe schon seit jeher großgeschrieben. Mittels aufgedrucktem Barcode mit den wirkstoffrelevanten Informationen kann sich die Pumpe über einen Scan die benötigten Parameter aus der Datenbank ziehen und spart Ihnen dadurch nicht nur viel Zeit bei der Bedienung der Pumpe, sondern vermeidet auch Fehler bei der Eingabe. Der Praxiket Designer von Mediaform. Ihr Partner für eine sichere und smarte Medikationskennzeichnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017